Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video machen wir gemeinsam eine Prüfungssimulation für die Klasse A. Wenn du dieses Jahr den Motorrad Führerschein machst, dann abonniere doch gleich den Kanal. Es kommt jede Woche ein neues Video zum Thema Motorrad und heute machen wir gemeinsam eine Prüfungssimulation. Da zeige ich dir, wie deine Prüfung dann aussieht. Du bekommst 20 Fragen hier aus dem Grundstoff. Diese 20 Fragen sind die identischen Fragen, die du auch bekommst, wenn du die Klasse B oder Klasse C zum Beispiel machst, also Auto oder LKW. Und wenn wir die 20 Fragen hier durch haben, dann springt der Reiter automatisch auf den Zusatzstoff und diese zehn Fragen sind die klassenspezifischen. Diese bekommen wir in dem Fall nur, wenn wir hier Klasse A, also den Motorrad Führerschein machen. Machst du Auto, kannst du gerne die 20 Fragen vom Grundstoff dir mit anschauen. Wie gesagt, das sind die identischen, aber die zehn sind dann klassenspezifisch. Jede Frage gibt zwischen zwei und fünf Fehlerpunkten. Das sehen wir hier rechts oben am Bildschirmrand. Haben wir mehr als zehn Fehlerpunkte, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Haben wir zwei Fragen mit jeweils fünf Fehlerpunkten falsch, das sind dann meistens Vorfahrtsfragen, gilt die Prüfung auch als nicht bestanden. Wir haben für eine Prüfung 45 Minuten Zeit. Und ja, ich werde die Fragen und Antworten vorlesen lassen und erkläre ich dann immer ein bisschen was dazu. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? Durch gar nichts. Durch 15 Minuten Sport. Durch das Trinken von zwei Tassen Kaffee. Gut, also da wollen sie einfach sicher gehen, dass du bitte nichts trinkst, wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs bist. Also durch gar nichts ist die richtige Möglichkeit. Genau. Pass auf, dass du in der Prüfung auch wirklich die das Kästchen triffst. Also du machst die Prüfung auf einem Tablet und wenn du dann ein bisschen daneben bist oder so, dann kann es sein, dass es natürlich deine Antwort nicht nimmt. Danach gehst du hier rechts unten auf weiter auf die grüne Schaltfläche und dann springt der Reiter automatisch zur nächsten Frage. Worauf sollten sie sich in dieser Situation einstellen? Gut, also wir haben auf der linken Seite eine schwarze Katze und auf der rechten Seite der Hund. Und der Hund ganz klar, der wird sich gleich vom Kind losreißen oder das Kind vielleicht hinterher schleifen und die Katze jagen. Klar. Der Hund reißt sich los und das Kind läuft hinterher. Der Hund wird von dem Kind sicher unter Kontrolle gehalten. Der Hund läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her. Also bei sowas müssen wir einfach immer vom Schlimmsten ausgehen und das wäre in dem Fall die erste und die letzte Antwortmöglichkeit. Die Filme kannst du dir bis zu fünf Mal in der Prüfung anschauen. Ja, schau, dass du so viel wie möglich davon mitnimmst, weil wenn du danach zur Aufgabenstellung gehst, können wir uns die Filme leider nicht mehr anschauen. Also wir haben schon gesehen, 30 sind erlaubt. Da kommt ein LKW, sind auf der Vorfahrtstraße. Ich denke, es geht um die. Ah, okay. Da rennt ein Hund auf die Straße. Und die Frage wird wahrscheinlich gleich lauten, was wir tun sollen, ob wir ausweichen sollen oder draufhalten. Wie gesagt, jetzt können wir uns den Film noch bis zu vier Mal anschauen. Aber wir gehen jetzt ja weiter zur Aufgabenstellung. Da wird noch mal gewarnt. Ja, bist du dir sicher? Weil jetzt kommst du nicht mehr zurück zum Film. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du den Film aufmerksam anschaust. So, wie sollten wir uns jetzt verhalten? Ich weiche nach links aus. Ich führe eine Gefahrenbremsung durch. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Also wir halten das Lenkrad natürlich gerade und fest. Ausweichen nach links. Ja gut, da kommt der LKW entgegen. Ja, das wäre jetzt nicht so gut. Wenn wir mal in den Innenspiegel schauen, dann sehen wir, dass kein Fahrzeug hinter uns ist. Das heißt, wir könnten durchaus eine Gefahrenbremsung durchführen. Aufpassen, es gibt die gleiche Frage auch noch einmal mit Fahrzeug hinter dir. Da kreuzt du das bitte nicht an mit der Gefahrenbremsung. Okay, noch ein Film. Wir fahren innerorts mit 50 auf einer Vorfahrtstraße. Da vorne sehen wir eine Müllabfuhr. Gelbes Blinklicht. Okay, wir wollen links abbiegen. Ah, das ist die Sache mit dem Radfahrer. Ja, das Video werden wir uns gleich noch mal anschauen, weil ich war jetzt zum Beispiel schon auf den, auf die Müllabfuhr da hinten konzentriert. Ich habe die beiden Radfahrer, die beiden, ich weiß es nämlich schon. Also Radfahrer rechts und der Radfahrer von links vor allem. Die beiden Radfahrer, die sind sehr, sehr gefährlich. Und zwar wollen wir hier links in die Straße einbiegen. Das heißt, der Radfahrer, der auf der linken Seite fährt und eventuell geradeaus weiterfahren möchte, dem müssen wir ja Vorrang gewähren. Das heißt, wir müssen warten und dieser Radfahrer oder Radfahrerin, die wird wahrscheinlich gleich links rüber ziehen. Und dementsprechend, worauf müssen wir achten? Auf die Radfahrerin rechts, ja, auf den gelben Pkw, Quatsch, auf den Radfahrer links. Ja, also Radfahrer links. Warum kann Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein? Weil der Gegenverkehr langsamer fährt als angenommen. Weil der Überholweg länger ist als angenommen. Weil der Gegenverkehr schneller fährt als angenommen. Ja, da musst du dir bildlich vorstellen, was damit gemeint ist. Bei der ersten Antwortmöglichkeit, dass der Gegenverkehr langsamer ist als angenommen, würde ja bedeuten, ja, hier fährt der Lkw, ja, du ziehst raus, möchtest den Lkw überholen und irgendwann kommt Gegenverkehr. Und der Gegenverkehr fährt noch langsamer. Also ist noch, du hast noch mehr Zeit zum Überholen praktisch. Und das wäre nicht gefährlich, das wäre eher gut für uns. Der Überholweg ist länger als angenommen. Das heißt, das Ganze zieht sich ewig, dieser Überholvorgang. Und das könnte natürlich dann unter Umständen gefährlich werden. Und hier der Gegenverkehr ist schneller als angenommen. Das heißt, dass er halt einfach früher bei dir ist. Und das könnte natürlich sehr gefährlich werden. Wie sollten sie sich bei diesen Sichtverhältnissen verhalten? Okay, wir haben eine tief stehende Sonne und dementsprechend hinter so einer Kuppe, da sieht man jetzt gar nichts und du musst halt mit allen möglichen rechnen. So, jetzt ist die Frage, wie wir uns verhalten. Ich schalte das Fernlicht ein. Das kann ich dir gleich sagen. Fernlicht bringt absolut gar nichts. Ich orientiere mich am rechten Fahrbahnrand. Ich reduziere meine Geschwindigkeit. Also am rechten Fahrbahnrand orientieren, wenn du geblendet wirst, immer gut. Da gibt es auch mehrere Fragen. Gerade wenn du nachts fährst und der Gegenverkehr dich blendet, schaust du immer zum rechten Fahrbahnrand. Die Geschwindigkeit reduzieren ist meistens auch immer die richtige Antwortmöglichkeit. Also zwei und drei kreuzen wir hier an. Was führt häufig zu schweren Unfällen? Eine unangepasste Geschwindigkeit. Es ist immer Geschwindigkeit. Ein Fahren mit zu geringem Abstand. Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs. Ja, also alles richtig. Das ist alles sehr gefährlich. Also unangemessene Geschwindigkeit ist sogar auf Platz eins. Gefolgt von, ich weiß nicht, ich glaube, Abstand ist so drei oder vier oder sowas von der Positionierung her. Aber Geschwindigkeit Platz eins. Sie sollen ein Ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. Warum müssen Sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein? Hier sieht man schon in den Fragen ein Kraftfahrzeug. Also hier wird nicht explizit auf das Motorrad eingegangen, sondern das sind ja wie gesagt die Fragen aus dem Grundstoff. Also könnte auch ein Auto sein oder ein Roller oder ein Hofer oder so. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Lenkverhalten. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Bremsverhalten. Ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente. Also die erste und zweite Antwortmöglichkeit, kannst du dir vielleicht vorstellen, ist auf jeden Fall richtig. Die dritte, ja. Also egal ob jetzt Auto oder Motorrad, die Bedienelemente sind ja meistens immer irgendwo gleich. Licht ist immer meistens auf der linken Seite. Der Scheibenwischer ist rechts. Beim Motorrad hast du das Licht hier und den Anlasser da. Und die Kupplung ist immer mit der linken Hand zu betätigen und so. Aber dann gibt es zum Beispiel so Sachen, wie wenn du dir zum Beispiel einen Mercedes holst oder einen Fiat, dann hat er das Licht nicht unter der Lüftung, sondern am Blinkerhebel. Oder wenn du eine Harley fährst und keine BMW. Wobei BMW hat es bei manchen Modellen auch, dass der rechte Blinker mit dem rechten Daumen betätigt und der linke Blinker mit dem linken Daumen. Und bei so einer normalen Maschine, da steuerst du den Blinker ja nur mit dem linken Daumen, indem du diesen Hebel nach links oder nach rechts drückst und zum Ausmachen wieder rein. Dann gibt es Sensoren, dass wenn du den Winkel gefahren bist und wieder dich aufrichtest, dann ist der Blinker aus oder bei manchen auch nicht. Und dementsprechend werden wir auch die letzte Antwortmöglichkeit hier ankreuzen. In welcher Situation ist Wänden besonders gefährlich vor Kuppen, vor Kurven, bei Nebel? Äh, richtig, richtig, richtig. Also Kuppe ganz klar. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Doch vor Kuppen, natürlich. Wänden. Das heißt ja irgendwie, dass ich auch mehr längere Zeit im Gegenverkehr verbleibe. Und vor Kuppe würde ja bedeuten, dass der Gegenverkehr mich nicht rechtzeitig sehen kann. Vor einer Kurve dementsprechend auch, wenn der Gegenverkehr entgegenkommt, dann sieht er mich eventuell schlecht. Und bei Nebel ist es auch sehr wichtig, weil wenn du quer zur Fahrtrichtung stehst, dann leuchten deine Scheinwerfer ja nicht mehr in den Gegenverkehr oder nach hinten, sondern du bist unter Umständen sogar unsichtbar. Also, alles richtig. Vier Fehlerpunkte, nicht schlecht. Sie möchten nach links abbiegen. Wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten? Vor dem Abbiegen. Nach dem Abbiegen. Vor dem Einordnen. Vor dem Einordnen natürlich. Du schaust nämlich erst, danach zeigst du es an, dann ordnest du dich ein. Jetzt ist natürlich die Frage, vor dem Abbiegen. Sie möchten links abbiegen. Wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten? Natürlich muss ich auch vor dem Einordnen. Also, wir werden nur das letzte ankreuzen. Vor dem Einordnen. Nachfolgende Verkehr. Quatsch. Vor dem Einordnen. Sie möchten eine Autobahn benutzen. Welche bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit muss hierfür in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder in der Betriebserlaubnis eingetragen sein? Also sprich, wie schnell muss dein Fahrzeug mindestens fahren, um auf Autobahnen und Kraftfahrtstraßen fahren zu dürfen? Dann tippst du da mit dem Finger rein und tippst 60 ein. Und auf weiter. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten? Okay. Ein Bahnbediensteter schwenkt eine weiß-rot-weiß gestreifte Flagge. Das ist einfach ein Zeichen. Du musst halt anhalten. Da werden wahrscheinlich auch die Schranken zugehen. Wenn es gut läuft, kann auch sein, dass die Schranken kaputt sind. Deswegen steht er da. Ja, also das ist auch einfach eine Einrichtung, die dir sagt, jetzt bleib mal stehen. Da kommt ein Zug. Ich muss vor dem Andreaskreuz halten. Ich muss rechts am Sicherungsposten vorbeifahren. Ich muss links am Sicherungsposten vorbeifahren. Also anhalten. Was müssen Sie bei der Beladung Ihres Fahrzeugs beachten? Mein Fahrzeug darf die zulässigen Achslasten nicht überschreiten. Mein Fahrzeug darf die zulässige Gesamtmasse maximal um 5% überschreiten. Ich muss die Ladung mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen sichern. Ja, 1 und 3 sind richtig. Natürlich dürfen wir die zulässigen Massen nicht überschreiten. Siehe im Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung. Da steht dann drin, wie viel Kilo zulässige Gesamtmasse dein Fahrzeug hat. Übrigens zulässige Gesamtmasse, die ist vom Fahrzeughersteller vorgegeben. Und die darf, wie gesagt, nicht überschritten werden. Die wird nicht ausgerechnet oder sowas. Die ist fest. Die steht in deinem Fahrzeugpapieren drinnen und die darf nicht überschritten werden. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken? Also ganz kurz nochmal. Nicht zu verwechseln mit der tatsächlichen Masse. Die tatsächliche Masse ist das, was dein Fahrzeug leer plus die Zuladung, also mit was du dein Fahrzeug beladen hast, tatsächlich gerade jetzt wiegt. Es kann weniger als die zulässige Gesamtmasse sein. Also sollte auch weniger sein. Die zulässige Gesamtmasse ist praktisch das Maximale, was dieses Gesamtprodukt insgesamt dann wiegen darf. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken, wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist? Ja, das ist richtig. Da gibt es auch eine Frage mit Bild dazu. Da siehst du drei Streifen, rechts einen Parkstreifen und dann eine Straße mit zwei Fahrbahnen. Und wenn rechts ein geeigneter Parkstreifen ist, dann parkst du natürlich nicht auf der Fahrbahn, sondern rechts daneben. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist? Moment mal. Wann dürfen Sie nicht... Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken? Auf dem rechten Fahrstreifen. Fahrstreifen, kein Parkstreifen. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist? Ja, okay. Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein ausreichend befestigter Seitenstreifen vorhanden ist? Okay. Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind? Ja, natürlich. Wenn rechts Schienen verlegt sind, ist das Park natürlich auf Schienen verboten. Für dich war es vielleicht logisch. Ab und zu muss man sich die Fragen und Antworten einfach doppelt und dreifach mal vorlesen lassen. Also ich lasse es mir unglaublich gerne vorlesen, weil ich es mir dann besser vorstellen kann. Übrigens, wenn du dich auf die Prüfung besser vorbereiten möchtest, verlinke ich dir unter dem Video das Hörbuch der Klasse A. Da sind die Fragen von einem Sprecher vorgelesen mit den passenden Antworten dazu. Du kannst dir auch jetzt hier rechts oben, ich glaube hier bei dem i, eine Hörprobe anhören. Und wenn dir das gefällt, dann holst du dir das Hörbuch. So habe ich zum Beispiel damals für meinen Sportbootführerschein gelernt. Da habe ich es mir einfach immer und immer wieder angehört. Und ich fand es halt mega gut. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Welches Verhalten belastet die Umwelt? Ein häufiges Gas geben beim Warten an der Ampel. Ein Fahren bergab in hohem Gang. Eine ungleichmäßige Fahrweise. Eins und drei sind richtig. Fahren im hohen Gang, wenn du keine Ahnung hast, was damit gemeint ist. Stell dir mal vor, du fährst mit dem Fahrrad und du fährst im höchsten Gang. Dann kommst du sehr schnell sehr weit und du trittst gar nicht mal so viel, würdest du in einem niedrigen Gang fahren. Also da musst du ja viel treten und du kommst gar nicht so schnell, also so schnell voran. Das heißt, du musst viel mehr Kraft aufwenden, also viel mehr Energie oder in dem Fall Kraftstoff, um die gleiche Strecke fahren zu können. Und dann bist du noch langsamer. Deswegen fahren im hohen Gang ist natürlich gut. In welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiter fahren? Okay, Vorfahrtsfrage, fünf Fehlerpunkte. Wir sind auf einer abknickten Vorfahrtsstraße, wollen die Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen. Von links kommt ein Fahrzeug, das möchte die Vorfahrtsstraße auch verlassen. Das interessiert uns aber nicht, denn dieses Fahrzeug kreuzt sich mit uns. Das heißt, der Weiße muss warten. Es geht im Prinzip nur um den Radfahrer. Der Radfahrer fährt vor uns, ja, also der wird vor uns links abbiegen. Danach fahren wir und dann der Weiße. Radfahrer, Weiße, nein. Radfahrer, ich, der Weiße, das ist richtig. Wer darf zuerst fahren? Ja, wir dürfen zuerst fahren. Wir sind auf der abknickenden Vorfahrtsstraße. Wir folgen der abknickenden Vorfahrtsstraße. Der Bus kommt von links, der kreuzt sich mit uns. Dementsprechend muss er warten. Und der Gelbe interessiert uns überhaupt nicht, denn der hat ein Vorfahrtgewehren. Das sieht man auch an der Form dieses Verkehrszeichens. Und ja, also wir dürfen fahren. Was gilt in dieser Situation? Gut, diesmal verlassen wir die abknickende Vorfahrtsstraße. Der Bus bleibt auf ihr. Wir kreuzen uns mit dem Bus. Also müssen wir warten. Der Bus darf zuerst fahren. Ich muss blinken. Ich muss blinken. Nein, wir müssen nicht blinken. Wir fahren ja geradeaus weiter. Ich muss den Bus zuerst fahren lassen. Das ist richtig. Was ist auf dieser Vorfahrtsstraße zu beachten? Gefährliche Frage. Die Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden. Parken ist erlaubt, wenn zwischen einem parkenden Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung ein Fahrstreifen von mindestens drei Meter bleibt. Parken ist verboten. Also die zweite Antwortmöglichkeit, die klingt schon ziemlich verlockend. Die ist sehr lang und ausführlich und dann kommt noch eine Zahl drin vor, so drei Meter. Und du denkst so, ja, das habe ich schon mal gehört. Aber jetzt pass auf, das musst du wissen, denn außerorts auf Vorfahrtsstraßen ist das Parken nicht erlaubt und das sieht doch fast aus wie eine Landstraße. Und dementsprechend werden wir hier die letzte Antwortmöglichkeit ankreuzen. Das Parken ist verboten und auf gar keinen Fall die zweite. Aber es darf natürlich auch die Fahrstreifenbegrenzung nicht überfahren werden. Also eins und drei sind hier in dem Fall richtig. Etwa 80 Meter vor ihnen hält ein Schulbus auf der Fahrbahn. Können daraus Gefahren entstehen? Nein, weil an jeder Schulbushaltestelle Schülerlotsen den Verkehr sichern. Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen. Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die Fahrbahn überqueren. Gut, also immer vom Schlimmsten aus und dementsprechend kreuzen wir zweimal Ja an. So, jetzt sind wir mit den 20 Fragen aus dem Grundstoff fertig. Diese zehn Fragen, die jetzt kommen, bekommst du nur, wenn du den Motorrad Führerschein machst. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe diese Fragen das letzte Mal, es müsste 2007 gewesen sein, als ich meinen Motorrad Führerschein gemacht habe, beantwortet. Und ja, mal schauen. Welche Aufgabe hat Motoröl in einem Verbrennungsmotor? Gut, das ist natürlich jetzt könnte auch für das Auto zu treffen sein. Das Motoröl dient dem Verschleißschutz. Das Motoröl dient der Kühlung. Das Motoröl dient der Reinigung. Das ist richtig, richtig und richtig. Ich glaube, dass die Leute, die den Motorrad Führerschein machen, sich mit der Technik des Fahrzeugs schon so ein bisschen auskennen. Die machen den Motorrad Führerschein ja nicht, um von A nach B zu kommen, sondern einfach, weil sie Spaß dran haben, vielleicht auch ein bisschen Spaß an der Technik. Und schreib mir mal unten in die Kommentare, ob du solche Fragen auch näher erklärt haben möchtest oder ob das für dich selbstverständlich ist. Oder mit welchen Fragen du Probleme hast, wenn du schon Fragen machst. Was sollten Sie bei der Nutzung eines Seitenständers beachten? Die Neigung der Abstellfläche. Die Beschaffenheit des Untergrunds. Das vollständige Einklappen des Seitenständers vor dem Anfahren. Ja, also richtig, richtig, richtig vollständiges Einklappen. Ja, das Motorrad sollte ja gar nicht anspringen, wenn der Ständer ausgeklappt ist und du einen Gang einlegst. Aber wenn der so halb eingeklappt ist und noch so halb dran hängt, dann kann es natürlich sein, dass der Sensor da nicht anschlägt. Und wenn du da eine Kurve reinfährst, kann es sein, dass du irgendwie hängen bleibst oder so. Oder mit dem Fuß hängen bleibst. Beschaffenheit des Untergrunds. Ja, ganz klar. Also wenn du irgendwie sandigen oder losen Untergrund hast, dann wäre es natürlich gut, dass du das Motorrad woanders hinstellst. Oder vielleicht unter den Ständer irgendwie so eine Platte legst oder sowas. Ja, Neigung sowieso. Also wenn du dann zu schief stehst oder du an einem Gefälle oder an einer Steigung stehst, dann auf jeden Fall Gang einlegen nicht vergessen. Und natürlich, wenn es geht, immer bergauf stellen und nie bergab. Weil sonst könnte das Motorrad über den Ständer rollen. Trotzdem, auch wenn der Gang eingelegt ist, ich würde es niemals bergab stellen. Womit müssen Sie auf diesem Parkplatz rechnen? Okay, diese Frage kenne ich absolut nicht. Die ist ganz, ganz neu. Ähm, ja, schauen wir mal. Mit Personen auf der Fahrbahn. Mit falsch parkenden LKWs. Mit ausparkenden Fahrzeugen. Ach, da würde ich einfach mal alles ankreuzen. Also alles, was schlimm für uns ist, kreuz mir an. Womit müssen Sie bei Steigungen auf Autobahnen rechnen? Mit langsam fahrenden LKWs auf dem rechten Fahrstreifen. Mit plötzlichen Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer. Mit großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Fahrzeugen. Ja, richtig. Alle drei sind richtig. Gerade beim letzten musst du aufpassen. Die LKWs, die werden sich ja wahrscheinlich ein Rennen liefern. Der eine ist vollgeladen, der andere ist leer. Man meint, er fährt 5 kmh schneller. Da musst du unbedingt rausziehen zum Überholen. Du bekommst von hinten mit 130 kmh angeprescht. Und da ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass der dann deinen Fahrstreifen befahren wird und dich ausbremst. Es herrscht starker Seitenwind. Wann besteht die Gefahr, dass ihr Motorrad bei hoher Geschwindigkeit seitlich versetzt wird? Wenn ich eine Tunneldurchfahrt verlasse? Wenn ich eine Brücke überfahre? Wenn ich einen LKW überhole? Ja, das sind auch alle richtige Antworten. Du musst dir vorstellen, wenn du Seitenwind hast, dann lehnst du dich ja praktisch immer so ein bisschen in den Wind rein. Du kannst niemals geradeaus fahren, sonst würde dich der Wind einfach wegpusten. Also du fährst immer so ein bisschen gegen den Wind. Und immer dann, wenn sich irgendwas dazwischen schiebt. Also wenn zum Beispiel jetzt du den LKW überholst und der LKW schützt dich praktisch kurz vom Wind und dann bist du wieder im Wind. Dann kann es sein, dass es dich wegdrückt bzw. hinzieht. Bei einer Brücke ganz genauso. Da kann der Wind auch gut durchpfeifen. Und bei einer Tunneldurchfahrt, wenn du den Tunnel verlässt, dann hast du natürlich auf einmal eine Windböe und dementsprechend natürlich dort auch. Was kann Aquaplaning, Wasserglätte, zur Folge haben? Eine vergrößerte Haftreibung der Reifen. Eine eingeschränkte Lenkfähigkeit des Fahrzeugs. Eine verringerte Bremsfähigkeit des Fahrzeugs. Also schlechtere Lenkfähigkeit und schlechtere Bremsfähigkeit auf jeden Fall. Hier bei der ersten Antwort. Das würde bedeuten, dass du mehr Traktion, mehr Grip auf der Fahrbahn hast, was natürlich Quatsch ist. Also da musst du verstehen, was damit gemeint ist. Haftreibung ist ja die Reibung, also der Kontakt zur Fahrbahn praktisch. Also das Haftreibung ist das Beste, was du haben kannst. Wieder ein Video. Wir fahren außerorts mit 60. Wir werden gerade überholt. Wahrscheinlich kommt gleich Gegenverkehr und der wird jetzt da vor uns reinziehen. Die Frage ist jetzt natürlich, was tun wir? Und wir werden natürlich gleich den Abstand wiederherstellen. So, wie verhalten wir uns? Ich beschleunige, damit der Überholende sich hinter mir einordnen kann. Genau. Ich behalte meine Geschwindigkeit bei, da der Sicherheitsabstand ausreichend ist. Ich verringere meine Geschwindigkeit, damit der Überholende sich vor mir einordnen kann. Also einfach wieder den Sicherheitsabstand einhalten von ungefähr zwei Sekunden oder die Hälfte der gefahrenen Geschwindigkeit in Metern. Wodurch ergeben sich besondere Gefahren für Kraftradfahrer? Durch Wechsel im Fahrbahnbelag. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also zwischen Kopfsteinpflaster oder irgendwie, wenn auch ein bisschen Schotter auf der Fahrbahn ist oder sowas. Und dann ist die Straße frisch geteert, dann ist sie alt, dann ist sie löchrig. Das auf jeden Fall. Durch Fahrten mit offenem Visier. Ja. Also es muss nicht nur der Wind sein, der unangenehm in den Augen ist. Ja, fängt auch irgendwann das Brennen an. Gerade im Sommer. Gut, wann fährst du sonst Motorrad? Aber also mir geht es immer so, dass es halt die Pollen in den Helm reindrückt. Und ich fahre dann extra mit so einem Schal, dass wenigstens die Nase abgedeckt ist. Das hilft auf jeden Fall. Also wenn du allergisch auf Pollen oder sowas bist, fahr auf jeden Fall mit so einem Schlauchschal oder einer Maske oder sowas. Und ja gut, wenn da irgendwelche Viecher reinkommen sind. Schon ungut. Durch Fahrten bei stark Regen. Ja, 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 klar. Regen auch. Was kann die Teilnahme an illegalen Straßenrennen zur Folge haben? Oh Mann. Den Entzug der Fahrerlaubnis für den Fahrzeugführer. Das Entstehen schwerer Verkehrsunfälle. Die Anordnung einer Freiheitsstrafe für den Fahrzeugführer. Ich würde jetzt mal sagen, je nachdem wie schlimm das Ganze ausgegangen ist, alles. Ja, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Wann sollten Sie den Reifendruck überprüfen? Das ist auch eine wichtige Frage. Regelmäßig bei kalten Reifen. Ja, immer bei kalten Reifen, denn du weißt ja, wenn der Reifen bzw. die Luft im Reifen warm wird, dann dehnt die sich aus und dann hast du ein verfälschtes Messergebnis. Und du solltest auch den Reifendruck kontrollieren. Also einmal im Monat ist auf jeden Fall eine gute Hausnummer, aber auch bei starken Temperaturschwankungen. Also wenn du jetzt erst, was weiß ich, du kommst gerade aus Italien, da hast du dann plus 35 Grad gehabt und dann fährst du hier in Deutschland bei 10 Grad oder sowas, dann zieht sich natürlich die Luft im Reifen zusammen. Also damit musst du auf jeden Fall rechnen. Unmittelbar nach jedem Reifenwechsel. Unmittelbar nach jeder Fahrt. Ja, also nach dem Reifenwechsel würde ich auch den Luftdruck kontrollieren, weil meistens ist es ja so, dass die Reifen, die du dann montiert hast oder montieren hast lassen, ewig irgendwo rumgestanden sind und da natürlich dann Luft mit der Zeit entweicht. Unmittelbar nach jeder Fahrt. Ja, viel Spaß. Das kannst du machen, wenn du lustig bist, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen. Vor allem nach der Fahrt ist ja Quatsch, weil da ist der Reifen ja warm und die Luft und dementsprechend ist das Blödsinn. So, wir haben alle Fragen beantwortet. Wir geben mal den Bogen ab und schauen mal, ob wir die Prüfung bestanden haben. Oh mein Gott, 11 Fehlerpunkte. Wir haben es versaut. Ich habe es versaut. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, das war die erste Motorrad Prüfung seit 2007, die ich gemacht habe. Jetzt schauen wir mal rein. Eieiei, sogar sieben Fehlerpunkte im Grundstoff. Also doch vom Abbiegen. Sie möchten links abbiegen. Wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten? Vor dem Abbiegen? Ja, ja, schon vor dem Abbiegen, aber vor dem Einordnen. Gut, wir müssen jede Antwortmöglichkeit einzeln beantworten. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Also du liest immer jede einzelne Antwortmöglichkeit und beantwortest die für sich. Das war jetzt blöd von mir. Ja, vier Fehlerpunkte. Mist. Wann dürfen Sie nicht auf dem rechten Fahrstreifen parken? Wenn rechts von dem Fahrstreifen ein geeigneter Parkstreifen vorhanden ist. Ach so, das ist aber falsch. Wenn auf dem Fahrstreifen Schienen verlegt sind. Ja, haben wir das nicht angekreuzt? Aber ich habe es doch gesagt, oder? Ja, natürlich. Wenn rechts Schienen verlegt sind, ist das Park natürlich auf Schienen verboten. Ähm. Für dich war es vielleicht logisch. Ab und zu muss man sich die Fragen und Antworten einfach doppelt und dreifach mal vorlesen lassen. Ah. Gut, das war wahrscheinlich dann ein Leichtsinsfehler von mir. Muss ich mir selber nochmal anschauen. Und dann hier im Zusatzstoff eine falsch. Was war das mit der Haftreibung? Eine vergrößerte Haftreibung der Reifen. Habe ich doch auch gesagt, dass es Quatsch ist, oder? Dann habe ich es nur falsch angekreuzt. Oh no. Ja, ich hoffe, du konntest was daraus lernen. Ich konnte auf jeden Fall was daraus lernen. Und zwar, dass man sich einfach noch mehr Zeit nehmen lassen muss. Zeit nehmen muss für die Fragen und die Antworten. Und sich das noch besser verbildlichen muss. Ähm. Ja. Nochmal dazu. Wie gesagt, verbildlichen. Also ich habe sehr gut gelernt mit Zuhören. Und wie gesagt, oben rechts, ich glaube hier, verlinke ich dir das Hörbuch. Da kannst du dir auf jeden Fall mal ein paar Minuten davon gönnen. Und wenn es dir taugt, dann unten in der Videobeschreibung. Gut. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, lass dem Video einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.